Die Finanztransaktionssteuer, kommt sie? Nun, Anlegern wird allein schon wegen der Niedrigzinspolitik der Notenbanken das Sparen immer schwerer gemacht, auf Deutsch gesagt. Und jetzt soll ihnen sogar eine sogenannte Finanztransaktionssteuer, das Sparen und Anlegen, noch weniger schmackhaft gemacht werden. Nun, gefährdet das womöglich am Ende auch die private Altersvorsorge? Unter Umständen schon, da das Ganze hauptsächlich einen Nachteil für Anleger nach sich ziehen kann. Bundesfinanzminister Olaf Scholz ist darauf und dran, diese Steuer einzuführen. Ab 2021 soll sie in zehn EU-Staaten in Kraft treten. Auf Fens trifft diese neue Regelung aber wohl kaum. Er wird, Herr Scholz, Vorhaben von Politikern und Investmentprofis mit einem sehr kritischen Auge betrachtet. So auch bin ich sehr kritisch der ganzen Sachengeber eingestellt. Was du dir unter einer Finanztransaktionssteuer vorstellen kannst und wie diese sich auf künftige Börsengeschäfte auswirken dürfte, verrate ich dir in diesem Video und damit ein ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, mein Name ist Klaus Roppel von Vermögensaufbau leicht gemacht. Wir müssen uns immer wieder mit der Steuer auch beschäftigen, wenn wir über Geldanlage nachdenken. Ja, was genau ist denn eigentlich dann eine Finanztransaktionssteuer, wenn sie kommt? Nun, dabei handelt es sich um eine Steuer, die auf Geschäfte am Kapitalmarkt erhoben wird oder zukünftig erhoben wird. Das betrifft zum Beispiel Transaktionen mit Wertpapieren wie beispielsweise Aktien. Vielleicht hast du bereits von ihr gehört, da in der Vergangenheit schon mehrmals der Versuch seitens Politik unternommen wurde, sie einzuführen. Unter anderem vom ehemaligen Bundesfinanzminister Herrn Wolfgang Schäuble übrigens. Anlass dafür bot die Finanzkrise im Jahre schon 2008 dazu. Der Versuch blieb jedoch seinerzeit erfolglos und Schäuble's Plan scheiterte damit auch. Momentan noch neuer Versuch gestartet, arbeitet nämlich der amtierende Bundesfinanzminister Olaf Scholz an der Umsetzung einer neuen Version dieser Neuauflage von Finanztransaktionssteuer. Der Grund, die Finanzierung der Grundrente. Auf diese Weise sollen ältere Menschen finanziell unterstützt werden, die auf die Grundrente im Alter angewiesen sind, die ja auch mittlerweile jetzt Respektrente heißt, die Grundrente. Tolles Wort. Die ursprüngliche Idee einer Finanztransaktionssteuer wird damit über Bord geworfen. Vor rund zehn Jahren standen noch die Eindämmung von spekulativen Geschäften an der Börse und die Beteiligung von Banken an den finanziellen Belastungen der Finanzkrise letztlich im Vordergrund. Damals war das Ziel, Geschäfte teurer zu machen, um potenzielle Spekulationen zu verringern und den exzessiven Handel an den Finanzmärkten letztlich auch einzuschränken. Das bedeutet, ursprünglich sollte eine solche Steuer Anleger schützen und als eine Art Versicherung fungieren. Scholz' Version der Steuer fördert wiederum genau das Gegenteil. Deutsche Privatanleger werden stattdessen benachteiligt. Ihnen machen jetzt schon die Null- und Negativzinsen auf Bankkonten, Sparbüchern, Bundesanleihen usw. ganz, ganz heftig zu schaffen. Die tatsächliche Einführung dieser möglicherweise neuen Steuer würde den Vermögensaufbau bzw. die Vermögensbildung mit Aktien meiner Meinung nach zusätzlich dann erschweren. Für die Altersvorsorge wird das wiederum klar auch negative Auswirkungen bedeuten, obwohl sie aufgrund der niedrigen gesetzlichen Rentenzahlung eigentlich zunehmend immer bedeutsamer und wichtiger wird und eine Relevanz gewinnt. Aber nicht ausschließlich Aktiensparpläne tragen einen Schaden davon. Es könnten aber auch Riester- oder Rürup-Verträge mit einem Fondsparplan werden, die dadurch dann möglicherweise auch nicht mehr so rentabel sein können. Grundsätzlich sind ebenfalls Aktienfonds, passive ETFs und Lebensversicherung betroffen. Anleihen und spekulative Investitionsmöglichkeiten werden dem Gemüro wahrscheinlich nicht besteuert. Nun, die Folgen bekommen insgesamt um die 10 Millionen Bürger zu spüren. Nach Schätzung der EU-Kommission würden sich die jährlichen Scheuereinnahmen auf ungefähr 3,6 Milliarden Euro dann belaufen. Davon wird die eine Hälfte, also rund 1,8 Milliarden Euro zur Reduzierung der nationalen Beiträge der 10 beteiligten Staaten zum EU-Haushalt verwendet. Die restlichen Einnahmen verbleiben bei den Staaten, die diese Steuer erheben und stehen ihnen dann, so der Plan, zur freien Verfügung. In Deutschland würden diese Beiträge dann unter anderem in die Finanzierung der sogenannten Grundrente oder das neue modische Wort Respektrente fließen. Die Einsparungen bezüglich des EU-Haushalts lohnen sich für die Länder in jedem Fall. Deutschland würde Einsparungen von ca. 625 Millionen Euro erzielen. Wie sich das Ganze im Detail dann abspielen wird, ist allerdings noch vieles auf Deutsch gesagt unklar. Die Gesamtsumme der Steuereinnahmen setzt sich im Detail wie folgt zusammen. Beim Kauf und Verkauf von Aktien musst du als Anleger 0,2% des Transaktionsvolumens zusätzlich an den Staat letztendlich dann zahlen. Das bedeutet, du müsstest einen Teil deines Umsatzes aus Aktiengeschäften an die Regierung letztendlich abführen. Hierzu mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, du investierst in den deutschen Aktienindex, DAX, und kaufst dort enthaltene Aktien im Wert von rund 20.000 Euro. Davon müsstest du im Folgenden 50 oder 60 Euro dem Finanzministerium dann zukünftig überlassen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass noch weitere Kosten für die Bank, das Depot oder auch letztendlich für den Börsenmakler durchaus anfallen. Die hinzukommenden Steuerzahlungen würden demnach also zu spüren sein, denn sie mindern die Rendite. Vorhin war schon die Rede von zehn Staaten. Damit ist die Anzahl der europäischen Staaten gemeint, die für die Einführung dieser sogenannten Finanztransaktionssteuer dann schon gestimmt haben. Um dies überhaupt umzusetzen oder umsetzen zu können, müssen sich mindestens neun Länder an der neuen Steuer beteiligen wollen. Erst dann kann sie auf EU-Ebene etabliert werden. Das bleibt dann jetzt zunächst einmal spannend, wie es ausgeht. Der Hintergrund von dem Ganzen ist ein sogenanntes Mitgliederquorum, das diese Regelung einfordert. Für die Transaktionssteuer haben neben Deutschland unter anderem Frankreich, Italien und Belgien letztendlich schon zugestimmt. Darüber hinaus zählen ebenfalls Slowenien und die Slowakei dazu. Ohne diese nur acht Staaten, die Steuereinführung befürwortet hätten. Damit auch kleinere Staaten, die lediglich kleine Börsenplätze beziehen, für Scholzplan gewonnen werden konnten, kam die Verteilung der Einnahmen ins Spiel. Auf diese Weise wurde ihnen die Chance geboten, einen kleineren Kostenaufwand hinsichtlich der Abgaben für den EU-Haushalt zu haben. Darüber hinaus sollen sie von den gesamten Steuererlösen der Länder profitieren und zudem einen Teil der deutschen Steuerzahlungen letztendlich auch bekommen. Ohne diese Maßnahmen würde es gar nicht erst zu einer Einführung der Steuer kommen, da sich ansonsten zu wenig Länder dafür ausgesprochen hätten. Vorbild für eine ähnliche Besteuerung von Geldanlagen ist das Modell in Frankreich. Seit 2012 gibt es dort eine sogenannte Aktiensteuer, die 0,3% des Umsatzes von Aktiengeschäften einbehält. Und bei dieser Regelung ist es vorgesehen, die Steuern nur beim Kauf begleichen zu müssen. Der Verkauf von Aktien bleibt also da verschont. Des Weiteren werden von der Steuerunternehmen ausgeschlossen, deren Börsenwert unter einer Milliarde Euro liegt. Angeblich soll der Plan von Herrn Scholz gleichermaßen dahingehend vonstatten gehen, aus der Finanztransaktionssteuer nach und nach eine reine Aktiensteuer letztendlich dann auch zu entwickeln. Ja, man muss nur erfinderisch sein. Ob das hier doch tatsächlich der Fall ist, wurde noch nicht sicher bestätigt. Die Finanztransaktionssteuer würde sich in Deutschland in erster Linie an Aktien aus dem DAX, MDAX oder auch DECDAX letztendlich orientieren. Für Kleinanleger könnte dies fatal sein, da sich viele von ihnen an einer Investition in die großen DAX-Unternehmen interessiert seien. Klar, aufgrund auch der fallenden Zinsen oder Null- und Negativzinsen. Sie wären somit vielmehr von einer Steuer betroffen, als große Anleger, die weitere Optionen haben, wie den Aktienhandel in Ländern zu betreiben, die keine Aktiensteuer erheben, wie zum Beispiel Luxemburg. Abschließend kann mal hier festgehalten werden, dass eine Finanztransaktionssteuer für deutsche Sparer letztendlich sehr, sehr teuer werden könnte und den Vermögensaufbau mit Aktien meiner Meinung nach negativ beeinflussen wird. Fondsgesellschaften haben ermittelt, dass die Renditen pro Jahr um 0,1 bis 0,4 Prozentpunkte kleiner ausfallen können. Bisher ist nach wie vor unsicher, inwiefern die Altersvorsorge vor derartigen Steuerzahlungen bewahrt werden könnte. Ich kann nur hoffen, dass hier Einsicht durch die Politik kommt. Das würde sich dann unter anderem auf Pensionsfonds sowie Aktien beziehen, die insbesondere für die Altersvorsorge genutzt werden. Zurzeit sind sich die beteiligten Staaten noch uneinig, welche Anlageformen speziell zur Altersvorsorge gehören und welche nicht. Müssen wir also noch ein bisschen abwarten. Außerdem ist die Frage noch offen, ob Börsengänge, Zertifikate, Wandelanleihen oder der Kauf von Rohstoffpapieren besteuert wird. Unklar ist auch, auf welcher gesetzlichen Ebene die Steuer umgesetzt werden soll, ob auf nationaler oder europäischer Ebene. Ja, die Anzahl der EU-Staaten, die gegen die Einführung einer Finanztransaktionssteuer waren, da sie diese nicht für durchführbar oder gar sinnvoll hielten, machte eigentlich die Mehrheit aus. Deswegen brauchst du dir jetzt noch keine dramatischen Szenarien ausmalen, da es immer noch nicht sicher ist, ob und wie fern eine derartige Steuer eingeführt werden könnte. Ich hoffe, sie kommt nicht. Seien wir also gespannt, wie es weitergeht. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat und hilfreiche Informationen auch mal zum Thema einer neuen oder alten neuen Steuer, die aufgelegt werden soll, der Finanztransaktionssteuer, du mitnehmen konntest. Wenn du nichts mehr Spannendes verpassen möchtest, abonniere einfach meinen Kanal und aktiviere die Glocke. Und bis dahin wollen wir hoffen, dass wir keine und nicht mehr Steuern zahlen müssen. Alles Gute, euer Klaus Roth.